also noch halte ich ja da kommt er auch schon richtig gerade aussprechen wollte wenn der magier blicken muss er natürlich in die mitte ja aber die hat schon ist doch auch magier wie gesagt alles gut dann macht das auf was du bock hast du gar damit hat sich das dann spiel ich werde hier gar nicht beschuldigt nein oder was geht damit ja auch nie macadoni ich bin zu zweit dann streit sich hier auch niemand und dann hat sich das ich mache mir doch hier kein stress was denn jetzt los ja wenn er denkt dass er beschuldigt wird ich schaue dir sogar dazu ja ich bin ich bin selber übel du bist einfach noch noch beschissen wie ich und ich liebe das ja jetzt wenn ich schon in jedem game so gut bin er müsste ich mal geben dafür die leute die es nicht wissen streame wirklich mal was anderes und auch jeden tag mal von tastatur switch auf controller von controller auf tastatur und auf jedem spiel andere einstellung vom spiel also ich das erkläre nicht einstellung was mir ist das steuerung steuerung der gar der frisst mich da typ ja das der frisst mich nur ja wie meinst du mit steuerung ja ding dass ich streame auf pc ich streame auch über die playstation und spiel auf der playstation abstriemlich und spiel ich momentan drei spiele ente vor honor und ein light auf dem computer spiel ich jetzt das ich habe mich mal bei hier kompanie auf hier ist ein bisschen ich muss mir vorstellen wie viele steuer also das was ich weiß was ich gar nicht feiere ist bettet ich habe einmal bettet probiert oder das ging gar nicht deswegen hasse ich dass das tod das jetzt eingeführt hat mit den scheiß panzern ja ohne scheiß das gehört gar nicht zu cd ja das ist nicht zu dir deswegen verstehe ich das nicht ja da muss ich ja sogar sagen da würde ich sogar noch bo4 besser spielen also lieber spielen als das neue zu der mb se gefloppt das war so gehypt ja das war eigentlich so gehyptiger es gibt einfach auch gerade gar keine spieler die richtig so so richtig bocken ja so von denen main spielen die wir spielen sage ich mal ja ich bin echt froh ich bin auch echt froh dass ich jetzt dieses spiel mal spiele weiß man ab